HSV, was geht ab? Auch an diesem Freitag, dem 27. November, wollen wir euch natürlich am Abend noch einmal komplett und in aller Kompaktheit alles das berichten, was sich so beim HSV zugetragen hat. Beginnen wollen wir mit einer Personalie, die gestern vermeldet wurde und die heute noch ein wenig nachwirkte. Und zwar die des Marketingdirektors Henning Binzus, die BILD berichtete, dass er Ansprüche auf den Vorstandsposten gestellt habe und dass man sich im Anschluss daran von ihm habe getrennt. Es sei eine Entlassung gewesen und der HSV verkündete heute noch einmal, dass es in beiderseitigem Einvernehmen eine Trennung gegeben habe und dass der Vertrag von Henning Binzus lediglich zum Jahresende ausläuft und ab dem 1. Januar nicht verlängert wird. Er wollte zu viel, HSV trennt sich vom Markendirektor, so die Überschrift der BILD und heute versucht er der HSV aus dem ganzen Thema ein wenig Wind zu nehmen. Insgesamt muss man dazu sagen, bei Henning Binzus, einer der Initiatoren, die die ganzen Hamburger Firmen wieder zum HSV haben, lotsen wollen. Diesen Hamburger Weg will man, so hat mir das der HSV heute noch einmal bestätigt. Allerdings auch weitergehen, weiter voranschreiten. Zum Jahresende hin soll dann auch der Nachfolger von Henning Binzus präsentiert werden. Ja, präsentiert hat sich heute übrigens auch der Trainer. Auf der Pressekonferenz hat er noch einmal über das vergangene Spiel, über die vergangene Trainingswoche und natürlich vor allem auch über das bevorstehende Spiel in Heidenheim gesprochen. Und dort fordert er, so schreibt es heute auch die Presse, eine Reaktion auf das Spiel in Bochum. In den letzten drei Spielen, zwei Remis folgten oder den zwei Remis gegen Pauli und Kiel folgte ja die Niederlage zuletzt gegen Bochum. In den drei Spielen habe man nicht annähernd so gespielt, wie man sich das selbst vorstellt und wie man den Anspruch an sich selbst zu stellen habe. Hatte Deine Tune heute gesagt, wir können es deutlich besser machen, sagte er wörtlich. Und sagte, dass man nach der Aufarbeitung der Fehler vom Spiel in Bochum am Montag, dass man am Montag damit abgehakt, dass man das Thema am Montag abgehakt habe und am Mittwoch schon eine Mannschaft auf dem Platz gesehen habe beim Training, die gierig sei, darauf es in Heidenheim wieder besser zu machen. Besser machen möchte es natürlich auch er selbst und zwar in Form seiner Einwechslung. Zuletzt gab es ein wenig Kritik an seinen Einwechslungen. Er hatte ja tatsächlich viermal nach dem Ausgleichstreffer gegen Bochum gewechselt und damit leider nicht den Schwung ins Spiel gebracht, sondern eher den gerade frisch entstandenen Schwung ein wenig genommen. Er selbst hat sich da auch selbst in die Kritik genommen und sucht jetzt, so schreibt es die Morgenpost zumindest, seinen Joker. Er braucht endlich sein gutes Händchen aus der Vorsaison wieder. Dort hat er es geschafft, in der Saison elf Joker-Tore erzielen zu können mit seinem VfL Osnabrück. Nach seinen Einwechslungen trafen also Spieler mit elf Treffern insgesamt mit am erfolgreichsten. Nur Stuttgart und Hannover sowie Heidenheim hatten am Ende tatsächlich noch mehr Joker-Treffer als Thun vorzuweisen. Hoffen wir mal, dass der HSV unter ihm jetzt auch noch seinen Joker hier in Hamburg findet. Ja, dass Thun nach dem 1-3 gegen Bochum ein wenig in die Kritik geraten ist, hatten wir im Blog ja auch unter der Woche immer wieder thematisiert. Und er selbst sprach auch davon, dass er gespürt habe, dass er diesen Gegenwind gespürt habe. Aber er sagt, mein Kreuz ist breit und ich stelle mich gerne in diesen Wind. Er nimmt gerne die Verantwortung für die momentanen Spiele des HSV auf sich. Und das, finde ich, ist allein schon ein gutes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass er wirklich resistent ist, dass er es schafft, das zu absorbieren, was von außen kommt. Denn hier in Hamburg, das weiß man, ist der Gegenwind ja immer mal ein wenig schneller in der Spur als woanders. Terodde und Winsheimer sind gesetzt. Lukas Hinterseher muss sich gedulden. Das ist eine der Aussagen heute aus der Pressekonferenz mit Dani Thunow. Der Kicker hat das nochmal aufgearbeitet, hat noch einmal geschrieben, dass Winsheimer und Terodde natürlich mit 16 Torbeteiligungen zuletzt gut performt hätten. Und dass die beiden mehr oder weniger gesetzt seien, während er hinter Bobby Wood kommt. Und Bobby Wood, das hat der Trainer heute nochmal gesagt, würde sich dafür im Training immer wieder anbieten. Er hätte auch unter dieser Woche wieder eine gute Trainingsleistung gebracht und sei dementsprechend auch fürs Wochenende wieder eine Alternative. Als Einwechselspieler zumindest Terodde, das hatte der Trainer nämlich heute auch noch gesagt, ist bei ihm natürlich gesetzt. Lukas Hinterseher indes, der muss sich tatsächlich gedulden. Der Trainer sagte heute, dass er vom Typus her ja ein relativ ähnlicher Spieler wie Terodde sei. Also von der Veranlagung her eher ein Boxstürmer, ein Stürmer, der vorne im 16er des Gegners die Bälle braucht, um sie dann reinzumachen. Und damit hat man, da hat man natürlich mit Terodde einen Stürmer derzeit, an dem keiner beim HSV vorbeikam. Auch ein Lukas Hinterseher nicht. Insofern wird sich Lukas Hinterseher hier tatsächlich noch eine ganze Weile gedulden müssen. Nicht mehr gedulden müssen sich Jeremy Dudziak und Aaron Hunt. Aaron Hunt war gestern nach einem Schlag aufs Schienbein kurzfristig beim Training ausgestiegen, während Jeremy Dudziak ja zuvor am Mittwoch schon nach einem Schlag auf den eh schon lidierten Knöchel pausiert hatte. Heute waren sie beide wieder auf dem Trainingsplatz. Beide sind fit und beide sollen auch am Sonntag dem HSV in Heidenheim zur Verfügung stehen. Das wiederum bedeutet, dass der HSV-Trainer Daniel Thun am Sonntag erneut vor der Situation steht, hier Härtefälle produzieren zu müssen. Zuletzt hatte es Gideon Jung getroffen, der war gar nicht im Kader. Gut möglich, dass sich dieses Schicksal am Sonntag wiederholt. Aber bis dahin, euch allen erst einmal einen richtig schönen Abend. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht und vor allem, dass das Allerwichtigste bleibt gesund. Ich melde mich nachher mit dem Blog wieder bei euch und werde natürlich auch morgen mit dem Blog wieder für euch da sein, bevor es dann am Sonntag auf die Live Couch geht. Dann Corona-konform in allen Belangen natürlich sogar mit einem Special Guest, den wir dabei haben werden. Also, wer Lust und Zeit hat, am Sonntag dabei zu sein, bei uns auf der Live Couch. Ihr seid alle herzlich eingeladen, ärgert euch zusammen mit uns, freut euch vor allem zusammen mit uns über die schönen Szenen. Und dann hoffen wir doch einmal, dass wir einen richtig schönen Sonntag erleben. Aber bis dahin erstmal kurzfristig betrachtet. Alles Gute heute. Bis dann. Tschau. Tschau.